Herzlich willkommen zurück zu Life is Strange Episode 4 Darkroom. Wir setzen uns jetzt mal auf den Spool-Table, weil da wird sie wahrscheinlich anfangen zu quatschen. Oder nachzudenken. Aber dann sehe ich, dass sie wieder eine Familie sind und wer bin ich, um zu beurteilen. Ich glaube, das war es schon. Okay. Jetzt die Frage, was ist besser? Der tote Vater oder die Querschnittslähmung? Plus einem lebenden Vater. Die Entscheidung möchte ich nicht treffen können. Also wollen, müssen, tun, tun. Was jetzt besser wäre. So. Gibt es hier auch Licht? Danke. Wow. Ein Cabinet ist wahrscheinlich das Morphin-Ding. Nichts hier. Äh. Mirror. Mirror heißt immer Photo. Wie geht es, Tripper? Wunderbar. Ich glaube, ich sehe älter. Hm. Hier ist es. Ich habe nie gedacht, dass ich Morphine zu meinem besten Freundin verliebe. Okay, was ist hier drin? The bathroom looks almost the same. Just more medicine. Okay. Haben wir noch was hier? Noch ein Cabinet. It's cool that Chloe uses natural medicine too. Okay. Das war's. Wenn jetzt der Vogel hier wäre, ne? Ich würde so am Rad drehen. Da kann man rein. Huch. Oh, Max. It is so nice to have you around. Die ist ja doch da. Oh, no. I didn't realize how bad Chloe's entry really was. So, was? The respiratory system is showing signs of rapid weakening. Anemia and loss of breath. As a doctor, I am committed to your well-being, but I want you to understand the real... What? Huh? Also, ihr Zustand verschlechtert sich immer mehr. Also, unter anderem ist damit ihre Atem-Unterstützung gemeint, die sie da hat, diesen Ventilator. Schau an sie. Sie haben keine Ahnung, was in ihrem Zukunft ist. William and Chloe. Ach so, da ist... Aha, das ist Joyce's... Ah, okay. Open. Super Dad. Ja, wollen wir mal mit Joyce reden, wa? Es ist gut, für Chloe, dass sie in Kontakt mit ihren Freunden bleiben. Joyce ist bereits eine Supermom. Dass sie beide so ein Buch haben. Weißt du, dass ich auch immer in die Schubladen gucken kann, wenn die daneben stehen? Das ist immer wunderbar. Hm. Joyce ist eine Habe-Smokers in der Diner. Und jetzt raucht sie selbst. Guten Morgen, Max. Oh, du und Chloe sind jetzt so viel kaltiger, als wenn du Kinder waren. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Es ist schön, dass du wieder in dein Haus wunderschön 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 wunderschön. Oh, William und ich lieben es. Endlich sehen Sie und Chloe zusammen, nach all diesen Jahren. Nach dem... ...kiracat. Ich muss dich erzählen, wie ich liebe dich und William wiedersehen. Er ist so ein Wunderschön durch das alles. Chloe und ich, wir sind Glück, dass wir ihn haben. Chloe und William sehen wie sie immer so gut sind. Ja, die beiden sind jetzt noch mehr als immer. Chloe wird eigentlich hören, zu William, weil sie... ...weil mich immer ignorieren. Oh, es ist so süß, wenn sie auf die Schöne auf die Schöne auf mich. Du regierst, Joyce. Shit, Dinge würde ich anders sein, wenn ich so. Ich mag wie du denkst, Kind. Wie geht's dir, Joyce? Ich mache das beste, Max. Ich will nicht sagen, es ist schwierig, aber... ...nobody sagte, dass Leben einfach hier in Arcadia Bay war. Du kennst jemanden, David Madsen? Er könnte, um... ...might hang out at the two wheels. Well, that was random. Ja, er ist ein Bus-Driver. Er kommt in manchmal. Cute, quiet. Warum? Oh, um... Ich war... ...just... ...curious. Du war immer. Nice to see, that everything doesn't change. Plus... ...you guys have to work, too. Ah, Bill and I have no time for ourselves. We're working more than we're living. I even had to take a... ...part-time gig at Pan Estates. Ugh. Do you know the Prescotts? I know that Sean Prescott won't be happy until he owns everything in Arcadia Bay. Stay away from his son, Nathan. Ich find's auch interessant, dass dieser David Madsen jetzt Busfahrer ist und kein Security-Guy mehr. Das ist irgendwie interessant, dass sich das auch geändert hat. So... ...what do you think is going on here with all of this... ...Eco-Havoc? Maybe Arcadia Bay just wants to be left alone. I know the feeling. ...and honestly, I don't give a shit about too much outside our house. I don't blame you, Joyce. Except now we have dead birds and beach whales outside our front door. So maybe I should care. For Chloe's sake. I wish I was a better friend. I know Chloe doesn't get me any visitors. Oh, Max. You're Chloe's best friend for a reason. You're here exactly when she needs you. I hope so. You guys do such an amazing job taking care of her. We can only do so much. And she gets damn sick of her parents. That's why it's so important you came to spend time with her. Max, Chloe's condition is not improving. Her respiratory system is very weak and she... She... Do you know what I'm saying? Joyce. I'm so sorry you have to go through all this. Bad or good. I embrace every moment with my daughter and my husband. This is what it means to be a family. And we'll always be one. No matter what. I better get back to Chloe now. It's good talking with you, Joyce. You too, honey. No, I don't think Joyce's tips will cover all this. Okay, jetzt hat er gerade gesagt, dass er nicht glaubt, dass Joyce Trinkgelder das alles decken können. Ja, das ist natürlich doof gelaufen. Hallo. War ein bisschen länger gedauert. Tut mir leid. Geh ich da rein? Ähm, ja, hier kriegst du dein Zeug. Finally. Ähm, gib mir die Blutpil. Ich bin sorry. Ich bin knusig, aber nicht präzise. Geh an und plugg es direkt in. Es ist so leicht. Und schweizend. Ähm, okay, aber... Get ready to yell for your folks if I screw up. Oh, trust me. I will. Of course, my pain just keeps getting worse. But you caught me on a good day. Max, I'm so grateful that I'm even able to hang out with you. See? I'm getting mushy. I'm already high. You're so adorable. Do you want anything else? Ähm, stop me if I'm being too emo. But can you grab one of the photo albums over there? I'd like to check out some old pictures of us when we were kids. Please. My diary is like emo ground zero. Plus Max Caulfield does not pass up a photo op with Chloe Price. Ever. Okay, dann holen wir jetzt ein Fotoalbum aus der Schublade hier. Ah, nee, da. Okay. Haben wir da schon reingeguckt? Wow, Sir. Chloe war ein straight A Student. What? She could have gone to any college. What a bastard. I totally should have let Chloe steal your bullshit fund. Even if it wasn't another reality. Der Direktor ist ein Arschloch. Natürlich. Hätten wir denen mal die Kohle geklaut, ey. Okay. Okay, so viel hat sich ja dann doch nicht geändert. Aber trotzdem ist sie irgendwie doch eine andere Person, weil es halt nicht anders geht. Achso, das habe ich doch schon gemacht. Das habe ich doch schon gemacht. Ich dachte, ich könnte das jetzt irgendwie öffnen. Aber ist nicht. So, Chloe. Ja. Ist das okay? Perfect. Oh, mein Gott. Schau, wie klein wir da sind. Wir sehen wie Koffer. Ich erinnere den Tag bei der Lichterhaus. Mein Vater war schockiert. Er hat uns tatsächlich versucht, uns Zeit zu geben. Und du lachtest an ihm. Mein Vater würde mich verbringst. Turn page. Kann ich noch was anderes machen hier? Nee. Oh, guck doch nicht immer so traurig, wenn sie sowas sagt. Das ist doch voll gemein. Das Bild ist lustig. Okay. Ja, für dich ist das gestern gewesen. Ich wünsche, es war es. Me, too. Diese Fotos. Vielleicht kann ich... Listen, Max. Mein Respirator-System ist failing. Und... Und es wird nur noch schlimmer. Ich habe gehört, die Doktor sprechen über das, als sie denken, dass ich mich zonked auskennen. So, ich weiß, ich bin einfach nur die Inevitable, während meine Eltern zuhören. Und ich werde, auch. Das ist nicht so, wie ich möchte, die Dinge zu enden. Was? Was bist du? Ich sage, dass ich mit dir wiederum bin, hat sich so special gemacht. Ich wollte nur, wie wenn wir Kinder waren, um die Arcadia Bay, und alles war möglich, Und du hast mir das Gefühl gemacht heute. Ich möchte diese Zeit mit dir... ...to sein meine letzte Erinnerung. Du verstehst du? Ja, ich verstehe. All du musst... ...is cranken die IV-211. Oh nein! Nein! Oh nein! Mädchen! Das ist ihr letzter Wunsch. Was mache ich denn jetzt? Das kann ich doch nicht machen. Ich kann es aber auch nicht nicht machen. Äh, nicht machen. Oh Gott, Mädchen. Oh Gott! Muss es jetzt sein? Oh, ich kann sie doch nicht sterben. Oh, sie... Hey Leute, ich weiß echt nicht... Kann ich kurz ein Real-Life-Quicksave machen und das neu laden, wenn ich nicht will? Das ist eine Entscheidung, die feststeht. Die kann ich nicht zurückspulen, sonst würde das nicht so flackern. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich muss mich jetzt für was entscheiden. Und... Ich gehe jetzt den Weg, dass ich das tue, was sie will. Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt den Weg. Ich bin sehr stolz. Ich bin sehr stolz. Ich bin sehr stolz. Ich bin sehr stolz. Ich gehe jetzt... See you all around. Sooner than you think. Kann ich bitte aufstehen? Ich will aufstehen. Okay, sie dreht die Zeit zurück. Okay. Ach ja, wie ging das? Scharf stellen, genau. Moment. Nee, Moment. Nein, das war zu weit. So. Nein. Wie kriege ich das nochmal scharf? Wenn hier eine Anzeige wäre, wäre das deutlich leichter. Bisschen runter. Bisschen runter. Jetzt lassen wir alles geschehen, wie es geschehen ist. Oh nein. Oh nein. Jetzt zerstört das Bild. Don't blow it, because tonight your mother promised to make us a world-famous Salmon surprise with chocolate cake for dessert. Max, you'll be here too, right? She's never leaving me. That makes all of us. Max, you are being so fucking strange. Like you're never gonna see us again. Chloe, I'm so sorry. I tried to make things different for you. I... I did try. I'm sorry. I don't know exactly what you're talking about, but... Come on, you have made things different. Like, my whole life. You're my best friend. I've got you and a great family. What's to be sorry for? We'll be best friends forever. And when we grow up, we're taking over the world. Listen, whatever happens, I want you to be strong. Even if you feel like I wasn't there for you. Because I will never abandon you, Chloe. I'll always have your back. Always. Thanks so much for 얘기stellen. Bye! We'll be right back. Bye! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020